Ich höre dich eigentlich gut. Soh mal rein. Können wir machen. Ich bin gespannt, Lange. So, Mann. Schon lang her. Guck mal, das Problem ist, ich merke gerade, wir können noch drei Stunden warten. Du hast nicht bereit. Warte mal. Ich bin überfragt. Wirklich, hier ist gerade. So, wo geht man hier? Überall her. Geil, ist lang her. Ich abwes mal, ob irgendwas markiert. Siehst du das? Retail Row, das hört schon gut an. Wie ist das nochmal? Retail Row. Sag nochmal, wie ist das? Retail Row. Sag es mal zehn Wochen. Retail Row, Retail Row, Retail Row. Ich bin nicht so wie alle. Ich bin so einer, der auf PC mit Controller spielt. Da ist jemand, da ist jemand. Oh. Ich habe zwei Stück. Bin da. Oh, ich habe gerade mal zwei Waffe langer. Guck mal, mit Rakete kommt der, lau ist jemand hier. Push. Den haben wir eigentlich geschenkt, der liegt. Wo ist denn sein Kollege? Der Kollege ist schon die ganze Zeit ducken und schleichen. Der ist hier. Der ist hier. Racheal. Der ist allein in Duke. Guck mal, das halt auch. Ne, 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 die waren zwei. Oh doch, der ist da, der ist da. Im Haus? Ja. Ne, ich bin da auch nicht, Digga. Ne, da ist doch einer. In der Garage ist er. In der Garage ist er. In der Garage ist er. Haben. 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 Oder wie die den früher genannt haben. Ey, ey. Ein Chuck Chuck. Ein Chuck Chuck. Ein Chuck Chuck. Ja. Ey, das krasse ist, dass das kein Unterschied ist zwischen Elias und jetzt, ne? Ne. Ich war nicht Spaß, Alter. Es ist halt aber leider echt so, ne? Der begnadet Zerpeller weiß ich noch nie. Na, was? Geil, Mann. Wo geh mal hier, Longa? Sag mal irgendwas. Überall. Komm, geh mal irgendwo wo's kleppert, oder? Naja, geh mal neu. Wo, wo sind wir? Retail Rose, immer. Wo, wo sind wir Longa? Geh mal nur nach Dasty Divoat, hä? Wo ist die Karte dabei? Ich konnte die Karte lesen. Wo geh mal jetzt hier? Dasty Divoat. Dasty Divoat. Geh du vor, Longa. Ich geh da hin nachher, Longa. Oh, da ist ein Gebüsch, den zieh ich mir an jetzt. Beer Quills. Rein in. Fortnite. Rein geht's. Ey, ich sag dir, es ist eng. Sieh mich? Das würde ich nie erkennen. So ein laufender Push, Alter. Ich sag da, wie sie es ist. Erkennt dich kein Mensch, Alter. Ey, das ist schon ein geiles Spiel. Einfach, warum zockst du es nie? Ey, das ist lang her, halt. Irgendwann wurde mir das halt ein bisschen zu... Ja, ey, das war mit zum Architekt der RPW. Voll, voll, voll bei mir auch. Ey, da bin ich auch raus, ne? Wenn der da einer auf den Eiffelturm hinwirbelt und sich dann wegballert. War's wieder mal Skaten? Ne, die letzte Zeit irgendwie nicht, weil mir zu kalt ist, Alter. Geh mal so ein paar Pilze spachteln. Liebes TikTok und Twitch-Team. Es geht um Fortnite-Pilze, gell? Ich sage, dass sie TikTok sportlich. Was heißt das? Ist es so? TikTok sportlich ist das Wort für... Es ist TikTok-konform. Du beleidigst mich von A-B-Zing und sagst dann TikTok sportlich, oder? Natürlich nur TikTok sportlich, genau. Oh, da geht's ab. Da geht's ab. Sogar richtig safe. Also close. Wollen wir mal pushen? Ja, lass uns rein. Ich brauche noch einen Sniper. Ich habe jetzt Sniper. Aber ich würde es mal... Ey, das ist richtig close bei mir, ne? Ich schieße einfach mal ein paar Granaten rein. Ey, Bonner Berlin, was geht, mein Lieber? Was geht, wie geht's dir? Wo bist denn du, äh, äh... Grünold? So, oder dir? Okay, ich habe zwei weggemurzelt. Achtung du ohne, der will mich. Wollen wir, was geht's? Mein Lieber, ich hoffe dir geht's gut. Ich habe erst mal ein bisschen verjagt. Alter, gehst du ab, ey. Boah, du kleppert's, Alter. Was geil, das geil, das geil, das geil. Ich weiß gar nicht von wo. Komm, das sehen wir vor dir pushen, genau. Wer ist da oben? Oh, hinter dir. Den habe ich auch da und da ist doch einer ganz hinten. Oh, das geil, Alter. Da kann man ganz hinten. Ich sehe ihn hinterm Busch. Ja. Auch down. Die anderen sind, äh, ärmer gut zerroppt, oder? Ey, immer noch Leute, die auf uns schießen. Von der oben, von der oben, von der Hütte. Alarm, helft sie mir, ich bin nicht wahr. Oh, 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 oh. Von oben, lass doch hoch. Ich habe keine Muni mehr. Da liegt alles rum. Scheiße, da liegt alles rum und ich sage, ich habe da eingesammelt. Da liegt alles rum, ja. Warte auf dem Berg da oben. Ja, ich geh. Ich habe keine Muni mehr. Der ist down. Stark, Junge. Da, hol, 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 läuft alles runter. Ey, wie viel waren das gerade, Mann? Alter, Vater, Lange. Richtig, ich habe sieben Kills oder so. Das war eh Sportrette eben. Ey, das war richtig, sag mal, das war Rambazamba, Alter, sag mal. Alarm. Oh, du hast einen Chucky, Lange. Du hast einen Chak-Chak, den packe ich mal ein. Ich könnte dann rein damit. Ne, mach ich mal nach, Lange. Was sind noch 70 Leute, oder? Kann das sein? Ah, jo. Ach so, krass, ja, ja, ja. Hol man ein epischer, oder was? Natürlich, klar. Ohne Labato, weil er bei Diamon erstes Ding direkt epischer, Mann. Na klar. Wo ist er? Mach hier. Schau auf ein andere Bag. Heady. Down. Oh, beide. Da ist noch einer, unten ist noch einer. Alter, Mike, Junge. Hä, erzähl. Wie du mich auch Mike nennst. Da merkt man, dass es bei dir komplett verschwellen ist. Echt, das ist dumm, ja. Das hieß schon. Wie du auch komplett die Verschmelzung hast. Wie der mich auch im Fortnite Mike nennt, Alter. Ich wär der Grünhold für den Gips, äh, P-Gips-K-I-C-U-Zie-Verschmelzung. Der nennt mich überall, wo wir sind, Mike. Echt, noch fünf Leute, ne? Hajo? Äh, Bart, ja. Elias, auf, Leitz. Ne, warte mal, drei Leute. Fünf mit uns. Ach so, mit uns? Komm, wir holen epischen jetzt, Digga. Wenn wir das machen, ne? Direkt Wohnung gekündigt. TikTok-Sportlich. Direkt Wohnung gekündigt. Okay, das ist das Team. Dann ist noch einer allein. Wenn wir die wegzwibbeln, ist halt... Und ihr muss shooten noch, Leute. Von links. 24er, 72er. Ich geh da, ich hol mal die zwei. Habt ihr einen? Habt noch einen down? Mein Corona. Habt noch einen down? Boah, der hat ne Goldeska. Yes. Ey. Nice Lockhart. GG Grünhold, Alter. Ey, das war's schon für die erste Runde, sag mal. Wild. Sag mal. Das war richtig gut. Mutter, ich hab Fortnite gewonnen. Wuchst du auch lang? Wuchst du auch lang? Wuchst du auch lang? Wuchst du auch lang? Oh, landen mehrere? Mhm. Da müssen wir die ersten an der Wumme sein. Da ist einer. Bei dir, ich komm. Ab ihn down. Ja, was mach ich mir überhaupt sagen, hä? Oh, vor mir im Wasser. Vor mir im Wasser. Oh, ja, ja. Auch down. Ey, komm rein in das Ding, ne? Mhm. Oh, oh, da ist der Mann. Oh, bei dir. Ist er bei dir? Ich komm. Ja, zwei Schlüsse. Oh, das sind mehrere. Mike, da kommen Arsch viele, ne? Hab einen. Hab beide. Geil, geil. Der hat nen Chak-Chak, zieht er den rein. Oh, geil. Da wird mein Knife verleitet. Da kommen ganz viele, Mike. Äh, mal Batsche. Guck mal da hin. Wo? Digga, du war ein bisschen so. Hin an dir. Hin an dir. Ich kann nicht parkieren, weil ich grad am dringend bin. Du kriegst dich panisch locker. Ja. Wo, Mann? Fortnite E-Sport. Oh, Achtung. Ganz viele, einer kommt. Oh. Und der liegt. Na ja. Oh, will kommt noch einer? Oh, will kommt noch einer? Fick erst mal Dynamit von mir, du. Da ist Chau. Da ist noch einer. Ja, der kommt. Hab ich. Aber wir haben da auch noch softe Runden, ne? Ja, ja. Umso besser wir werden, dann kommen die Freaks. Jetzt muss ich auch mal sagen, dass es massive Bots sind. Aber die gucken immer zu hier unten, Kinga. Das sind keine Bots. Das sind wahrscheinlich Familienväter, denen grad die Augen zugehen. Die haben heute schon eine Acht-Stunden-Schicht gehabt. Kinder ins Bett gebracht. Und jetzt noch kurz vorm Pennen gehen ein bisschen Datteln. Die gönnen uns gar nichts, oder was? Die gönnen nichts, ne, Mann. Ja, das ist so viel Schneider. Grünald, wie findest du die TikTok-Twitch-Parallele-Sache? Ist doch ganz okay, oder? Findest du gut, ja. Ist gut, oder? TikTok ist halt frischer Wind. Ganz genau. Ist halt was Neues. Gut. Warum hab ich denn so'n Froschi im Hals, Alter? Gern mit. Gern mit dem Rache. Da klebbert's auch irgendwo grad aus. Oh, da ist Loot ohne Ende, Digga. Oh, ja. Da fighten die auch noch. 25er. Oh, 25er auf richtig Distanz. 25er, der ist gleich down. Der ist down. Ich hab ihn auf richtig Distanz. Oh, der meint's ernst. Down. Digga, was ist denn hier ein Loot, Mann? Ich schmeck, ich schmeck. Da ist aber nur noch einer. Oh, da ist für dich was. Komm, wo? 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 Da kleppert's auch. Da ist auch Loot ohne Ende, Alter. Ach, scheiße. Ich geh rein, Skidzümmel Hunde, genau Hä? Down Alter, aber das hat gedauert, aber hier ist Loot ohne Ender, Digga Was ist denn hier los, Mann? Hab einen Hab einen Hab noch einen Noch einer, wo ist denn? Ey, wenn jetzt noch ein epischer kommt, aller fresschen Bese, Mann Wo ist denn? Bada boom, bada bang, heady, zack, zack Zweiter epischer ist schon geil, oder? Das fühlt sich gut an Ja, komm, man macht noch einer Wo geht man hier? Hast du gekriegt? Nee, wo wollen wir, Mann? Gucken wir mal Oh, da geht's ab Na klar Ey, guck mal, zwei episch ineinander, eigentlich können wir jetzt in Rente gehen, oder? Ey, bei mir geht was nicht Ih, da geht was nicht Mein Controller geht nicht Alarm, helfen Sie mir Nold, wo sind sie? Da, wo? Nold ist besser als Grünnold, geht schneller Nold Ja, Nold ist ja mein Spitznamen Nold? Ey, dann sag ich jetzt Nold, sagst du gleich, oder? Warum sag ich mal Grünnold, Alter? Komm, lass uns mal ein paar Gegner zu Ach, da, von uns, von uns Ah, ja, tatsächlich Down Weißt du, warum ich den Namen Nold hab von Usian Bolt? Ich war früher übergewichtig Oh, der ist ja noch Oh, den hol ich Der ist noch keiner Wo? Digga, bin ich verloren Down Auf der anderen Straße Ich hole mir den John ist in der Cray Der ist down Weiß noch mal, war ich übergewichtig und dann wurde Ja, ich war übergewichtig, aber ich war für mein Übergewicht Extrem flott Auf die Beine Und von Usian Bolt und ich heiß Nold Und dann wurde ich Nold genannt, weißt? Ach du Scheiße, ehrlich jetzt Ah ja Geil, das sind die Top-Stories, Alter Ey, jetzt dritter Epischer im Folge, oder was? Ich hoffe, es wäre geil Woll ich mich grad tanze lassen Tanze es mir, Alter, langer Tanze es mir Dritter Epischer, dann, 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 kündige ich die Wohnung, oder? Oh, Rache, oder was? Wie bitte? Tiktok-sportlich, oder was? Ne, 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 ne Ich hab mal grad, du, äh, ein Kettar gemacht, weißt Oh, da geht Frisch ab hier Da mische ich mich ein Da mische ich mich ein, ja Wenn er liegt Auf dem Berg ist er einer Hab ich Hier ist er, ne Der kümmert sich nur um den Liegenden Gefahr Oh, ich helb dir Der ist super Oh, da vorne Wo? Der hat mich schon im Visier Zugriff für den Karsten Stahlitzan Zugriff Der geht in den Baum, Alter Oh, der hat den Sniper Alarm Oh, 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 oh Oh, still Sag dir, wie sie sich Der hat, der hat, der hat gerohrt Der hat gerohrt Ich sag mal, wir marschieren da durch, sag mal, bist du der Programmierer von Fortnite, oder was? Oh mein Gott Oh, schack, schack Sag mal, noch, oder? Ich hab auch noch, oder stecke Und dann nehm ich auch in der Lange Das ist unsere Runde, das ist unsere Runde Dritter ewig, oder was? In Folge, ich fress den Bese Er fragst du noch? Er fragst du noch? Er fragst du noch, Alter Zehn Leute Acht Gehen wir noch? Ajo Das wollen wir hören Bam, down Alter Du hast 13 Kills Cold, was ist denn bei dir los? 14 Nimm die Pumpe mit, die ist ewig Lange Hab ich, hab ich Fack alles ein, was nix kostet Lange Noch sechs Leute Sechs Leute Oh, geh mal rein? Natürlich geh mal rein Da steht die Frog gar nicht Lange Hab ihn Da ist noch irgendwo einer Hier Liegt auch Hey, bei mir müsste noch einer sein Hier ist noch einer Ne, das ist ein Bot, der steht rum, Digga Das kann nicht sein Jetzt haben wir noch, oder? Wo ist er? Wo ist er? Ist bestimmt irgendwo im Container Hab ihn Hab ihn Hedi Ich sag dir, wie es ist Nold und Barcerer Epischer Sieg Nummer drei Drei Runden, drei epische Schuss, schuss, schuss Schuss Hey, ok, Nold, deine abschließenden Worte erzähl mal Wie fühlt es sich an? Es war mir ein Fest Ich hab die Wohnung gekündigt Ich werde jetzt Fortnite Profi-Spieler Musik